Herzlich willkommen zur 12. VTV Elektrobuskonferenz, leider nur digital, leider auch nur virtuell. Mit besten Grüßen aus München. Mein Name ist Frank Krämer. Ich verantworte den Omnibusverkauf in der MAN Truck & Bus Deutschland GmbH. An meiner Seite der Stefan Kretschmann, den Sie vielleicht schon auf der IAA 2016 mit der Vorstellung unseres Hybridbusses als Brücke vom Diesel zur Elektromobilität erlebt haben. Hallo Stefan, herzlich willkommen. Grüß dich. Hallo Frank, vielen Dank für die Einladung. Stefan, wo stehen wir heute mit unserer neuen Stadtbus-Generation? Welche Antriebsarten bieten wir an? Genau, unsere neue Stadtbus-Generation ist ja gestartet Anfang 2019, dort mit dem Diesel. Und mittlerweile haben wir drei weitere Kinder in der Familie, wie ich immer so schön sage. Wir bieten weiterhin unseren Efficient Hybrid an oder neu unseren Efficient Hybrid an. Es gibt die Gasvariante und entsprechend jetzt auch die Elektrobus-Variante. Stefan, welche Vorteile bietet unser Zentralantrieb im Elektrobus? Genau Frank, die Frage kann man aus verschiedenen Perspektiven beantworten. Also erstmal grundsätzlich Elektromobilität ist ja im Paradigmenwechsel generell im Sinne des Antriebes. Unsere Betreiber müssen sich auf viele neue Dinge einstellen. Das heißt Hochwold in den Werkstätten, geänderte Betriebsabläufe und so weiter und so fort. Und wir haben darauf geachtet, im Grunde so viel wie möglich bei dem Bus identisch zu lassen. Das, was für ein Dieselfahrzeug bekannt ist. Das heißt, mit dem Zentralantrieb gewährleisten wir die gleiche Niederfloorachse wie beim Diesel- oder beim Gasbus. Und im Gegensatz auch zu Radnahen oder Radnabenmotoren ist das halt eben eine Reduzierung der Komplexität an den Werkstätten und auch im Betrieb. Und Verfügbarkeitsthemen, das heißt auch Richtung Effizienz der Motoren, ist das entsprechend das, was momentan sich sehr gut einführen lässt. Und wo wir dort entsprechend darauf geachtet haben, die Themen so zu implementieren, dass es so unkomplex wie möglich wird. Du hast gerade Motor gesagt. Was mir aufgefallen ist bei unserem wunderschönen Elektrobus, wir haben gar keinen Motorturm mehr. Genau, das ist halt eben auch ein weiterer Vorteil der Elektromobilität, dass der Motorturm entfallen kann. Und wir dadurch natürlich auch noch vier weitere Sitzplätze gewinnen. Die Fahrgäste wird es freuen, die können sitzen. Genau, sie können sitzen und es ist auch noch wesentlich erlaubt im Fahrzeug. Du, ich frage die Frage, obwohl Sie wahrscheinlich die meisten von sich sofort beantworten können, wo ist der Bremswiderstand geblieben beim Elektrobus? Genau, also wir brauchen bei einem Elektrobus keinen Bremswiderstand, aber rekuperieren wir extrem viel Energie zurück in die Batterien. Und auch bei der Topologie, also so wie die Fahrzeuge bewegt werden und auch bedingt durch die Batteriegröße, braucht man einfach keinen Bremswiderstand aus technischer Sicht. Wir haben uns ja für die Depotladung entschieden bei MAN. Ja. Warum haben wir keinen Pantograph? Also es gibt ja verschiedenste Ladeverfahren. Also das heißt den aktuellen CCS-Stecker. Beim Pantographen gibt es Roof-Mounted, das heißt der Pantograph sitzt entsprechend auf dem Fahrzeug oder entwertet. Das heißt, er kommt von oben auf der Haltestelle heraus. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, beispielsweise eine Unterburden- oder eine Niederflurlösung, entsprechend Busse zu laden. Das heißt, wir sind dort im Austausch mit unseren Kunden, um genau zu verstehen, was die Anforderungen sind. Und auch gerade die Anforderungen im Sinne des automatisierten Ladens. Das heißt, wir müssen zukünftig dann dahin überlegen, wenn Busse sich teilautonom im Grunde auf den Betriebshof bewegen, was für Ladungen oder was für Ladeverfahren sind die richtigen, um dort einen optimalen Betriebsablauf entsprechend zu gewährleisten. Wir haben ja eine recht große Batterie bei unserem Elektrobus auf dem Dach verbaut. Das unterscheidet sich auch nochmal bei dem 12-Meter- und bei dem 18-Meter-Bus. Gibt es da was zu sagen, Stefan? Also rein von der Kapazität her ist es so, dass wir auf dem Solobus sechs Batterien verbaut haben und auf dem Gelenkbus natürlich, weil wir da wesentlich mehr Platz haben, acht Stück verbaut haben. Und das gibt uns die Möglichkeit, ausreichend Batteriekapazität zu installieren, um unsere aktuelle Aussage 200 Kilometer Reichweite zu garantieren. Diese 200 Kilometer sind eine sehr konservative Aussage erstmal. Ich denke, daraufhin spielst du an, Frank. Genau, ist erstmal sehr, sehr konservativ von unserer Seite aus gedacht. Aber aus folgenden Aspekten. Also A, wollen wir ein verlässlicher Partner für unsere Kunden sein. Das heißt, wir wollen wirklich gewährleisten Laufleistung über Lebensdauer. Das heißt, nicht im ersten Jahr Kilometer X oder im nächsten Jahr weniger. Das ist nicht zielführend aus Gründen von Betriebsplanung, Umlaufplanung und so weiter. Und wir müssen natürlich auch berücksichtigen, dass wir alle klimatischen Dinge abbilden. Das heißt, im Winter, wenn es sehr, sehr kalt ist, wenn extrem viel geheizt werden muss, dass wir auch dort unsere garantierte Laufleistung entsprechend erreichen können. So, jetzt sind wir natürlich schon seit längerer Zeit im Feld und bekommen dort auch die Rückmeldung. Und das habe ich eingangs, war da eine Fragestellung gesagt, wir sind da optimistisch, entsprechend eine Anpassung oder eine Reichweitenanpassung in sehr, sehr nauer Zukunft entsprechend kommunizieren zu können. Hört sich gut an. Wenn wir sagen, wir haben große Batterien auf dem Dach, dauert es dann auch lange, bis die geladen werden? Wie kann man das sagen? Wie lange dauert sowas? Also, wir haben Stand heute 150 kW Ladeleistung über den CCS-Stecker realisiert. Im nächsten Schritt werden es 375 kW sogar entsprechend sein. Das heißt, wenn wir jetzt gucken, was wir so an installierter Leistung, an Batteriekapazität haben, ist unser Ziel definitiv immer unter vier Stunden zu bleiben. Ja, und ich hatte vorhin das Thema Automatisierung schon angesprochen, also automatisierten Betrieb auch im Depot. Und jetzt liegen sicherlich auch sehr viele oder hohe Potenziale entsprechend, um die Zeit, was sich das Fahrzeug letztendlich nicht im Service befindet, dann dort auch heben zu können, um Zeiten, Off-Zeiten außerhalb des Betriebs oder der Linie zu realisieren. Welchen Einfluss, Stefan, hat das Ladeverhalten auf die Batterielebensdauer? Ja, Frank, also auf die Lebensdauer der Batterie gibt es verschiedenste Einflüsse. Einmal ist die Frage, wie stark entlade ich die Batterie? Also, wie hoch ist der DoD der Batterie? Wie stark ist der Energiedurchsatz? Aber auch, welche kalendarische Alterung hat die Batterie? Also, je älter sie wird, das hat natürlich auch einen entsprechenden Einfluss auf die Lebensdauer. Wie hoch ist die Batterielebensdauer? Kann man da was sagen? Wie lange hält so eine Batterie? Also, ergänzend zu der Frage noch, Frank, auch das Energiemanagement in der Batterie hat einen extrem hohen Einfluss auf die Lebensdauer der Batterie. Das heißt, durch intelligentes Energiemanagement, was wir entsprechend natürlich auch tun, verlängern wir entsprechend die Lebensdauer der Batterie. Stand heute ist es bei der MAN so, dass wir bis zu acht Jahre Lebensdauer garantieren, was natürlich von den Faktoren, die ich vorhin gesagt habe, also gerade Energiedurchsatz, also wie viel Energie nehme ich tatsächlich, entnehme ich und füge ich auch wieder hinzu durch die Rekuperation, aber auch, welche Belastungsansprüche hat die Batterie. Das heißt also, bis zu acht Jahre, abhängig von den Parametern, die das alle bestimmen, ist unser aktueller Ansatz. Alles redet von der Batterie. Wir haben viele Unternehmen, die sich mit Batterie und Batterietechnologie beschäftigen. Wie geht es weiter mit der Batterie? Wird die besser? Wird die leichter? Wird die einfach von der Leistungskapazität nochmal höher angesiedelt? Gibt es da was dazu zu sagen? Also auf jeden Fall, Batterieentwicklung ist, wenn wir uns so auf das Gesamtnutzfahrzeug mal, oder das Gesamtnutzfahrzeug entsprechend betrachten, die Entwicklung, die am schnellsten vorangeht. Und ja, wir rechnen definitiv mit höheren Kapazitäten, damit auch mit höheren Reichweiten, also höheren Energiedichten in der Batterie. Und somit können wir natürlich auch für unsere Kunden höhere Reichweiten realisieren. Heißt, irgendwann in absehbarer Zeit wird es vielleicht auch mal ein Update geben mit den Batterien. Genau. Sind wir mal gespannt. Genau, also wir planen so aktuell, so 2025, dort den nächsten Schritt zu machen. Wird MAN auch in die Feststoffbatterie reingehen? Wie sieht das da aus? Werden wir die verbauen? Werden wir irgendwann die anbieten können? Genau, also 2025, den Schritt, den ich jetzt beschrieben habe, machen wir mit einem Zellupdate. Das heißt, wir werden geänderte Zellchemie haben in der Batterie, die dann natürlich auch eine höhere Kapazität zur Verfügung steht oder zur Verfügung stellt. und entsprechend Feststoffbatterien liegt erstmal Stand heute nicht auf unserer Roadmap, weil wir uns auch hier ganz klar an unsere Konzernvorgaben oder an unsere Konzernroadmap entsprechend halten. Die ganze Welt redet von Elektro- und Elektromobilität. Wir haben ja den neuen Stadtbus entwickelt. Wir haben natürlich, wie von dir gerade beschrieben, auch die Elektromobilität natürlich in den Fokus gerückt und auch das ist das klare Medium der Zukunft. Aber was haben wir noch zu bieten? Welche Antriebsarten? Also wenn wir jetzt mal Richtung CO2-reduzierte Antriebe schauen, ist natürlich das ganze Thema Erdgas ein sehr valides Thema. Und wenn man auch gerade mit Biomethan dann entsprechend schaut, ist das natürlich auch eine Antriebsart, die jetzt schon nahezu CO2-neutral ist. Und dann gibt es natürlich noch die anderen Themen wie E-Fuels oder auch Bio-Diesel. Das ist ja auch fast CO2-neutral dann, der Biomethan, CNG. Wird leider in Deutschland das CNG-klassisch schon immer etwas vernachlässigt, will ich mal sagen. Aber in jedem Fall Diesel, CNG und Elektro. Das können wir anbieten. Genau. Was macht MAN, wir werden oft gefragt, wie im Verkauf, was macht MAN schon mit dem Gedanken über die Batterie hinaus? Da ist viel mit Brennstoffzelle, Wasserstoff. Was passiert da? Also das Thema Wasserstoff ist ja auch ein sehr, sehr spannendes. Also neben der E-Mobilität sicherlich eines der Themen, was man sich entsprechend angucken muss. Ich würde hier ganz gerne mal ein bisschen weiter ausholen. Also durch den Green Deal der EU-Kommission sind ja unsere Vorgaben ganz klar. Ja, das heißt bis 2030, 30 Prozent Reduzierung CO2-Emissionen und bis 2050 entsprechend komplett klimaneutral. Das heißt also in den nächsten 20 Jahren, die vor uns liegen, müssen wir dort definitiv alternative Antriebe gegen unsere Dieselfahrzeuge entsprechend ersetzen, um einfach diese Zielvorgaben zu erreichen. So und wenn man sich jetzt das dann dort anguckt, was gibt es entsprechend für Alternativen, muss man sehr, sehr genau hingucken, was wir natürlich entsprechend auch tun. Welche Themen kommen Richtung TCO und Verfügbarkeit entsprechend für unsere Kunden in Frage? Alles entscheidend für den Kunden, TCO. Genau. Klar? Weil ich sage mal, neben dem Thema TCO natürlich auch noch notwendige Infrastruktur, entsprechend um das Medium, womit man sein Fahrzeug bewegt, entsprechend auch zur Verfügung stellen zu können. Wenn man auf das Einsatzfeld städtisch und regional schaut, das heißt also kürzeres Distanzen, sehen wir hier ganz klar im Fokus den BEV, weil sich hier der TCO sehr schnell realisieren lässt und auch Ladeinfrastruktur entsprechend schnell installiert werden kann und teilweise natürlich auch schon installiert ist. Wenn man jetzt auf Lkw und Busse schaut im Fernverkehr, das heißt also überwiegender Autobahneinsatz, gibt es natürlich auch verschiedenste Szenarien. Ein BEV-Antrieb ist einer und daraufhin, wo du vorhin angespielt hast. Wasserstoff ist natürlich auch ein mögliches Einsatzszenario. Hier muss man sich angucken, dass nutzspezifische Anwendungen oder Anforderungen entsprechend abgedeckt werden können. Das heißt, die Brennstoffzelle muss entsprechend stabil sein und die Anforderungen erfüllen. Nichtsdestotrotz steht und fällt mit dem Thema Verfügbarkeit in einem vernünftigen Preis des Mediums, des Antriebs, natürlich auch dann verbunden mit dem Thema der Infrastruktur, dass das entsprechend zur Verfügung steht. Und auch BEV-Entwicklung zahlt natürlich auf Wasserstoffentwicklung ein. Das heißt, wenn man den BEV vernünftig verstanden hat, kann man dann später auch Wasserstoff entsprechend vernünftig ins Feld bringen. Das habe ich verstanden. Also du tendierst dazu zu sagen, im Stadtbusverkehr wird es wahrscheinlich dann doch eher der BEV, der Batterie angetriebene Bus sein und vielleicht auf eine weitere Distanz, auch dann in Kombination mit einem Truck, mit einem LKW, vielleicht auch dann der Wasserstoffantrieb. Das habe ich richtig verstanden. Genau, ist eine mögliche Option. Stefan, vielen lieben Dank, dass du dir wieder mal für den Vertrieb die Zeit genommen hast und auch natürlich für unsere Kunden. Falls noch Fragen offen geblieben sind, bitte unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse stellen Sie Ihre Frage. Wir würden die gerne beantworten, auch ausführlich. Und es war einfach zu viel, um jetzt in diesem kurzen Zeitraum alles zu beantworten. Bleiben Sie gesund, haben Sie eine weitere gute Tagung, guten Kongress und alles Gute und bis bald im nächsten Jahr wieder vor Ort in Berlin. Danke. Dankeschön.